Claudia Gietz hat Großes vor. Exclusives Interview. Hallo liebe Freunde. Heute haben wir spannende Neuigkeiten von Claudia Gietz, 27, und Adriano Salvaggio. Die beiden lernten sich bei Skatefever kennen und seitdem ist ihre Liebe unaufhaltsam. In einem exklusiven Interview beim Blogger-Event, Martis Deed doings a lit social media shit, verrät Claudia, dass sie und ihr Liebster bald zusammenziehen werden. Aber das ist noch nicht alles, Claudia hat klare Zukunftspläne. Sie möchte vor ihrem 30. Geburtstag heiraten. Wann und wie der Heiratsantrag kommen wird, ist für Claudia nicht wichtig. Sie ist bereit für jedes Szenario, sogar für eine Toilettenfrage am frühen Morgen. Aber das ist nicht alles, was die Zukunft für Claudia und Adriano bereithält. Obwohl sie bisher gesagt haben, dass sie keine Kinder wollen, schließt Claudia nicht aus, dass sich ihre Meinung ändern könnte. Aber im Moment hat sie einen anderen süßen Traum, sie will unbedingt ein Huhn haben. Was denkt ihr über Claudias Zukunftspläne? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, um mehr über eure Lieblingspromis zu erfahren. Bis zum nächsten Mal. Skaz!